Das Zentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover präsentiert euch in diesem Video die Blutentnahme bei der Schildkröte. Es wird hier nur eine korrekte Methode gezeigt, die entsprechende Fertigkeit durchzuführen. Benötigt werden für diese Übung im Scale-Slip eine Darmklemme, ein Lithium-Heparin- Probengefäß, eine 24G-Kanüle, eine 1ml Spritze, Desinfektionsmittel, einmal Handschuhe, ausreichend Tupfer, eine Nierenschale, ein Simulator, Zellstoff und ein Abwurfbehälter. Hinweis, es sollte eine eher großvolumige Kanüle gewählt werden, da das Blut bei Reptilien aufgrund der relativ großen kernhaltigen Erythrozyten, des meist geringeren Blutdrucks und der schnellen Gerinnung in kürzester Zeit die Kanüle verstopft. Zudem erfolgt bei Reptilien immer eine blinde Punktion der Venen ohne Stauen. Daher kann auch immer Lymphe mit dem Blut aspiriert werden. Die Blutentnahmestelle der Wahl stellt bei der Schildkröte der dorsale Schwanzsinus bzw. die dorsale Schwanzvene, Venacoccygialis dorsales, dar, die direkt Dorsal der Schwanzwebelsäule verläuft. Alternative Entnahmestellen bei der Schildkröte sind der subkarapaxiale Plexus und in Sedation auch die Jugularvene. Die lebende Schildkröte muss von einer Hilfsperson fixiert werden. Hierbei wird sie mit beiden Händen seitlich mit Daumen am Karapax und den restlichen Fingern am Plastron gehalten, sodass der Kopf des Tieres zur Hilfsperson und nach Dorsal zeigt. Die beiden Hintergliedmaßen werden dabei festgeklemmt. Die vorderen Gliedmaßen der Schildkröte sollen den Boden nicht berühren. Auch ist darauf zu achten, den Kopf der Schildkröte so zu halten, dass sie nicht zubeißen kann. Hier am Modell wird auf die Fixation durch eine Hilfsperson verzichtet. Zunächst werden alle benötigten Materialien in Reichweite bereitgelegt. Als Unterlage wird Zellstoff ausgelegt. Das Probengefäß wird beschriftet, die Spritze und die Kanüle ausgepackt und die Kanüle wird auf die Spritze gesetzt. Der Schwanz der Schildkröte wird dann mit Daumen und Zeigefinger der nicht-dominanten Hand gehalten. Zur Fixation wird der Schwanz sanft gegen das Plastron gedrückt. Sollte es jedoch, zum Beispiel aufgrund eines längeren Suprakaudalschildes, schwierig sein, ihn sicher zu greifen, so kann eine Darmklemme zur Fixation eingesetzt werden. Diese wird zuvor mit Gazetupfern oder Kompressen etwas abgepolstert. Die Punktionsstelle wird mit ausreichend Hautdesinfektionsmittel desinfiziert. Fest sitzende Sandkörner zwischen den Schuppen können hierbei gelöst werden. Anschließend wird die Stelle mit Tupfern abgetrocknet. Dazu wird mit dem Tupfer einmal in eine Richtung über die Punktionsstelle gewischt. Bei Bedarf wird mit weiteren Tupfern ebenso verfahren. Nun wird die vorbereitete Spritze mit Kanüle in die dominante Hand genommen. Der Anschliff der Kanüle zeigt beim Einstechen vom Tier weg. Es wird Dorsal im Winkel von 45 Grad in den Schwanz zwischen die Schuppen eingestochen, bis ein Widerstand spürbar ist. Dieser Widerstand ist die Wirbelsäule. Nun wird die Kanüle leicht zurückgezogen, um Blut aus der darüber liegenden Vene bzw. Sinus zu aspirieren. Sollte beim Zurückziehen des Stempels der Spritze kein Blut im Konus zu sehen sein, wird die Position der Kanüle variiert, ohne diese komplett herauszuziehen. Hierbei helfen Rotation und sanfte Bewegung nach Lateral und Dorsal am Schwanz. Ist weiterhin kein Blut im Konus sichtbar, muss die Spritze mit aufgesetzter Kanüle aus dem Tierkörper herausgezogen werden. Die Kanüle wird verworfen und mit einer neuen Kanüle einen erneuter Versuch unternommen. Wurde die Vene erfolgreich punktiert, wird die gewünschte Menge Blut entnommen. Zumeist sind mindestens 0,5 ml Blutvolumen nötig, abhängig von den gewünschten Parametern. Anschließend wird ein Tupfer auf die Puntionsstelle gedrückt, gleichzeitig wird die Spritze mit aufgesetzter Kanüle herausgezogen. Die Kanüle wird im Auffangbehälter entsorgt. Um eine Gerinnung des Blutes möglichst zu vermeiden, muss das Blut möglichst zügig in das Lithium-Heparin-Röhrchen überführt werden. Das Blut wird mit Kontakt zur Wand des Röhrchens eingefüllt, der Deckel verschlossen und das Röhrchen etwa 10 mal vorsichtig geschwenkt. Die Spritze wird im Mülleimer entsorgt.